Der mathematische Begriff ab LCHE-Gruppe, auch Kommutatei-W-Gruppe genannt, verallgemeinert das Rechnen mit Zahlen. Addition rationaler Zahlen und die Multiplikation rationaler Zahlen ungleich 0 backslash Displaysteile backslash NECO 0 erfüllen eine Reihe gemeinsamer Gesetze. Diese Regeln kommen oft in Geometrie und Algebra vor. So zum Beispiel bei Verschiebungen, Drehungen der Ebene um einen Punkt, Addition von Funktionen, Ornamente in Kunst und Natur zeichnen die Spuren ab LCHE-Gruppen. Deswegen wird von der speziellen Bedeutung des Additionszeichen plus backslash Displaysteile plus und des Multiplikationszeichen backslash Displaysteile backslash C dot abstrahiert und der Begriff der Kommutativen oder ab LCHE-Gruppe geschaffen. Der Name ist zu Ehren des norwegischen Mathematikers Nils-Henrik Abel gewählt worden.